Wenn wir auf die Straße kommen. Wenn wir auf die Straße kommen. Oh nein! Ja komm hier, Sandi hapt das aus. Sandi? Fliegen oder fahren? Keine Ahnung. Fliegen mach... Oh lol! Fliegen mach ich weg. Warte, ich setz mich doch mal in die Wurfer rein. Oh je, diese Pater. Oh, lipp, lipp, lipp. Wiederbelebigungsgranate fliegt. Jo. Ich kann nicht sagen, aber wir müssen erst mal hier vom Dings weg, hier vom Teleporter-Room, und dann einfach hochkommen. Hab ich ihn? Weiß es nicht. So, wir haben jetzt noch 30 Sekunden, ich denke wir halten es zu base. Ähm, hinter uns ist irgendwo irgendwo schießt und wirft Granaten, Vorsicht. Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Ist down. So, da ist ein McRider, scheiße. Ist grad ziemlich verwirrt hier. Ja, jetzt hab ich keine Anti-Panzer mehr. Ja, aber, McRider, jetzt hätte ich telefoniert. Leute, McRider. Alles drauf. Vier Sekunden, drei. Ist weg. Ist weg. Ja, schön. Der Nightmare macht da was. Also, die Übernahme doch gleich eine ganz neue Bedeutung. Was, McRider braucht 10 Millionen Jahre bis es zündet, glaube ich. Ja, es sind Portal-Lex irgendwie heute, ich kann echt nix. Da muss noch einer rumrufen hier irgendwo, ein Schuss auf dem Dach. Gut, Sven, wo hast du deine Ding? Max, äh... Äh, Liberator gerade. Ja, ich komm, ich seh, 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 seh. Anzekela, glaube ich. Ja, wir haben ja auch noch eine Max-Kannheit. Bei Argan wird, glaube ich, schon wieder angekommen. Ich verabschiede mich. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal. Goodbye und auf Wiedersehen. Scheiße, zu spät, Mann. Ist down. Ah, ist gut. Liberator down. Ja, aber zu spät. Das war jetzt ganz cool. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das sind noch paar oder Sky. Da kommen noch welche. Zwei Sky über uns, Vorsicht. Geht in Deckung. Ein Inch hier hoch und das Fahrzeugterminal holen. Ja. Geht in Deckung. Alles klar. Machst du, hast du den Flagg drauf, oder? Sven, gehst du hoch, machst du den? Ja, mach ich. Gut. Wo bist du jetzt hin? Quatsch, genau. Vorsicht, die Walltüre. Weg. Hast du was? Hinter euch, hinter euch. Hinter euch, hinter euch. Wir müssen denen da oben helfen. Bist mir da runtergekommen. Warte, ich bin durch Börstermix. Ne, Mann, alles bin ja in der Haft. Bin schon dabei. Bin dran. Wie komm ich da jetzt hoch? Ja. Eigentlich der Thunder of Headfall. So, umrüsten. Wir müssen zur nächsten Base. Oh, wo ist der? Wir müssen zur nächsten Base. Wir müssen zur nächsten Base. Wir gehen mit den Reparatur. So, Hop Hop. Jetzt bei der nächsten Base wären wir auf Gegend. Äh, warst du noch? Ich hab markiert. Wo? Da. Da. Ja, komm da rum. Hey, ich guck da ist die Luft, unsere Luftding da. Ab ihn. Oh, ist down. Nächster Sandi ist draußen. Ja, ich komm. Geh den richtigen Sandi bitte. Oder ist eigentlich scheißegal, wo ihr drin seid. Moment. Indische Sanderer. Ja, war nur Sanderer. Wo? So, den holen wir uns. Da. Ah, kann ich nix machen. Sven, fall du rechts rum, genau. Ja, bin schon dabei. Aber da sind wir diese scheiß Pflanzen. Der wird schon rechts runter gefahren sein, oder? Habt ihr den? Ja. Kann ich sein. Also, ich seh ihn nicht mehr. Ja, der Vengard schnappt sich ihn eh. Aber wir wollen vielleicht trotzdem da ein paar Punkte haben. Na, der Vengard, der macht das. Gut, okay. Der nächste Base zum Käppchen. Rechts ist noch ne Valkyra, rechts ist ne Valkyra. Oder ist unsere, glaub ich dann, oder? Ne. So, wir werden trotzdem jetzt nicht zu der Base fahren, weil wir werden da oben gegen die Terraner kämpfen. Ah, schön. Das war jetzt. So. So. Nix. Auf, über uns, geil. Wo? Also, jetzt hör zu weit weg. Nein, ich schau mal auf die Map. Ich bin ausgestiegen, Moment. Achso, das reicht doch nicht. Also, das ist ne Lib. Da gucke mir nix an. Sichtkontakt zu feindlichem Kampfbuchzeug. Also, es ist jetzt schon ne neue Webrauch. Da hinten, da hinten. Ja. Ich bin ausgestiegen. Ja. Ich bin ausgestiegen. Jetzt erst. Bleib vor raus. Ja, ich geh mal, wenn du fährst. Ich kann jetzt nicht ausgestiegen, wenn du fährst. Ich könnte auch stehenbleiben. Dann mach. Aber die ist weg, oder? Nein, durch den Baum kriegst du nicht mehr Ja, schön, Storlick, aber trotzdem gute Arbeit So, dass der hochkommen ist Gut Wir treffen auf der Straße wieder zusammen Können wir auf die Straße kommen? Ja, natürlich Ja, komm hier, das Handy hebt was aus Ey, halt da hinten Wieso, ich war heute richtig gut gefahren Mensch, Mensch, stark So, da ist es Anora, links von uns jetzt dann Aufpassen, Bulldog Gunners, Kalheos, links von uns Ich würde es gut aufstellen Wo ist meine Max-Einheit? Die ist vorne, ganz vorne, so wie immer Rechts ein Spion Wo? Brain, Brain, direkt geradeaus Auf dem Stein, auf dem Ast hier saß er, warte Sehr schön, down Auf die Trümmerteile auf Wo? Irgendwo hier Irgendwo hier Hinter dem Haus ist er, glaube ich, gegangen Das ist unsere Lib über uns Da drüben, neben dem Ding hat er das Design Kommt hin Hast du ihn? Ja Ja Du musst hier irgendein abgefahreneres Design holen, dass ich dich unterscheiden kann Noch? Irgendjemand kann mal kurz den Sunny aufmachen von mir Der ist offen für den Drop So Ich habe Rüstung, ich habe Tarno, was willst du mehr? Skyt von hinten Ich habe es noch markiert Genau, entweder das oder eine Tüche mit Der ist im Hals, ey, das ist okay Sven, fahrst du den Sunny ein Stück weiter vor? Der Sunny wird gerade von irgendjemandem gefahren Schon sehr schön, dass hier eine Gruppe zum A-Punkt rennt, finde ich richtig gut So Ja, das ist ein anderes Platoon Mann, mein Betreuerin wieder weg Ja, der kann sich nicht entscheiden, wo er das blöde MG jetzt hinstellen soll Ich bleib da am Sunny und gebe Feuerschutz Vorbildlich Sunny, äh, Ingenieur und Max Ist doch vorbildlich Ich höre was Ah, ist unser Ja, Gundam So, wir berufieren gleich Weiß gerade so gut läuft Sprich, wir haben keine Gegenwehr Eine richtige, schwerere PS einzunehmen Da wird es wahrscheinlich dann später auch erlaubt, Z-Lite Es soll zu spielen, weil wir dann Tauern nehmen Wohin willst du? Wegpunkt Okay Also alle zum Sunny Meins an die ist offen, der erste, der reingeht, übernimmt einfach das Fahren Ja, kann ich nicht Aber Chris kann fahren Jo Was heißt GSD? Äh, das GSD Äh, Schilddurchbrecher Achso Tauern-Diffuser 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 Weil, dann werden die Maxen automatisch geheilt Also in Zukunft Vielleicht einmal 100 Serts reinstecken Für das erste Level wäre nicht so schlecht Warte Ich hab's bei der Zierarche Ich hab's glaube ich auch Ja, ich hab das sogar leider vollgezertet Ziemlich viel XP gekostet AXP Sert Lapp 50 hat aber viel kostet Oh, ich stellst du einen Lappengeber Stellst du dich da zum B Punkt Ich fahre mal zum C Punkt Und lass die Leute beim A Punkt aussteigen Also Chris, rechts Also habt ihr gehört Ja, ja, ja Da gerade den Baum rein, am besten Dass er von der Luft gedeckt ist Ich baue mal ein Ziel Genau, hier Ah, kann man nicht ausklappen Wir sind zu nah an dem In der Base dran Ich fahre hinter den B Punkt Okay Wir können Spion da Ja, schön Wir können's nicht einnehmen Achso, weil ich in der Max bin Hä? Ich bin schon da Ich bin schon da Ah So, Sandy steht Ich würd sagen, Max ist an die Seite Nicht da rein in den Raum Ich bin bei B obendrauf Ist schon ein bisschen glädiert? Nö, nö So, ich geh zum C Punkt Ist ja alles ruhig hier E Punkt wird schon geflappt Ja, von German Alten, ja Ja gut, wir haben ja auch 55% Überlegenheit hier auf dem Kontinent Huh, da ist jemand Doch Ich meine, ist ja für den Anfang jetzt nicht so schlecht Ein Heavy ist schon mal da Dann kommt das Pest, gehen wir mit der Hupe Ich weiß ja, das hat vor allem mich erwischt Dann stell ich einfach hinter mich Ich stell den ganz kurz So Jumbo, warte Oh, da brennt irgendwas Oh, aber nicht unser Sandy Hier im Medica Okay Stellt euch hinter mich, die hier in der Ecke sind bei mir, Jumbo Oh, das magst du noch zu zackern Oh, das magst du noch zu zackern Oh, das magst du noch zu zackern Unter der Terrasse ist einer Ich habe markiert Hinter, hinter dir Klappen King Was? Hinter dir ist einer Hinter mir Auf der unteren Terrasse Jaaaa Ich kriege dir das C4 ab Ich reparier den Das ist voll gemein Ich war auch da rein außen rum Ich war auch da rein außen rum Was? Ich dachte C4 Jetzt ist er weg So Wie am Arsch Bei A auf der Ecke Kann jemand mal Quatsch hier reparieren bitte Es ist jetzt ein Toril des A Okay, ich schau mal wo das Toril ist Ich würd sagen wir müssen wirklich mal hier jetzt bei A rein und auch mal bleiben Ja, zumindest müssen wir hier bei der Tür Nein, also da ist es Warte, ich komm gleich Ja Ich hab ja zusätzliche Munition Soll mir auch zu A gehen Mach lieber deinen Schild Oh, da oben ist Vorsicht Der Sona-Basis ist am besten nicht da bei A zu bleiben Spione Da jetzt wo ich stehe Kommen mal alle bitte da her Also ich bin da hinten Bei den ganzen Söhnen Da kämpf mich jetzt mal alle her Da ist es am besten A zu verteidigen Ach doch, oh fuck Naja, jetzt fang ich da ein bisschen an Ich hab' getötet Ach Gott sei Dank Ein, zwei Leute vielleicht zu C Da sind zwei Spione Rechts außerhalb der Base Hinter C Mach das nicht, John Knight mehr Zwischen B und C Da Also wie gesagt Gebt euch da hinten Stellt da eure Turtles auf Wo ich jetzt stehe Nicht, dass wir hoch stellen Das hätte einfach nur Kanonenfutter wie Bandi gerade Gut Na, ich bin jetzt kein Ich bin jetzt leites Wegen der Bieten So, da guckst du da Und da ruhig eure Filmen ist da aufstellen Jumbo gucken Mensch, ich bin beim Schreien Und ich verlass mich auf dich Ach doch noch eins Hat jemand sehr viel gelegt Jo Guter Reparatoren Ne, ich mach grad wieder die andere Klasse Direkt durch, Backhütz wieder nach hinten Ich will gucken, was da oben los war Jo Ich kann halt leider keinen Turm aufstellen Weil irgendwie da Ich konnte nicht spawnen werden, ne Pass mal auf die Seite hier auf, ne Ja, das ist Das ist ganz gut Und auf der anderen Seite Wär vielleicht auch ganz gut Wenn einer aufpassen würde Ja, tsch Ich komm mal auf die andere Seite Machen wir hier Okay Da oben ist er noch Nein, ja, ja Haben markiert Achtung Den Dark hat's erwischt Ja, das ist der Level 2 Der ist ziemlich schlecht Den hatte ich vorhin einfach drauf Haben wir noch einen Sunny da für den Dark? Schön Spion Ja Hier, Dark gibt's ja Wo ist das Sunny? Die P sind wieder außen rum Wo ist das Sunny? Für Dark Da vorne steht einer mit Pass auf, Brandy Da kommt immer einer runtergesprungen an der Seite Koleos, komm mal schnell rüber Für Dark Ah Lauf, Koleos Der hat schon angeschossen Der hat schon angeschossen Der ist schon weg Geht auch schon ein paar Orif-Tattoos auf den Seiten Sag ich jetzt mal Sehr schön Ich nicht, mir fehlen noch was jetzt Was war das jetzt? Das haben wir doch gerade explodiert Ich Ich glaub da kommt jetzt einiges Kann das sein? Joa, also behalte doch mal bereit Kommt was? Ich hör Spion Vielleicht ist der Spion Vielleicht ist der Spion Spatschkeller Guck du hier, wir bleiben auch lieber hier Ja Wir sind auch wieder bei Spion Da vorne sind genug Leute Ja, aber guck doch lieber hier hinten Er hat mich getötet Hm Ja, ich hab den Spion Ja, ich krieg ihn nicht ein Mit der Scheiss-Schrotze Aber er ist ja auch Bleib liegen Ich teile dich Oh, da Da, bei Coleus ist es tot So, nicht alle Vorraschen zu A Ganz wichtig Ein Medic wäre für Coleus nicht schlecht Quatschkeller da Linken, da hier Müsst du da irgendwas an Nee, der ist hoch So, jetzt schnell wieder zurück Wenn Leiter soll, der ist hoch Ja, feindlich im Mixer Night Okay Oh Gott, ich seh sie sogar Oh Gott, ich seh sie sogar Ich schicke Ich lasse die